Wir kommen zu, ich habe das Ganze mal überschlagen, einer der Kämpfer ist ziemlich genau mein Jahrgang. Ich bin mal gespannt, was die Herren meines Jahrgangs noch so drauf haben. Und wollen wir erstmal auf den Kämpfer in der Roten Ecke, denn es wird ein Titelkampf sein um den interkontinentalen Champion, und zwar in der Gewichtskasse 81.4 Kilo. In der Roten Ecke begrüßen wir Anteil Elter. Danke, der hat die rote Ecke, Kilo. Anteil Elter aus Ungarn, dritt an gegen seinen Gegner aus Deutschland. Er ist ISKA-Europameister des Jahres 2011. Und ist für uns alle ein guter, alter Bekanter. Hier ist Guido Fiedler. Untertitelung des Jahres 2021. Und zwar ausciasb citizen Ba sabemos langw Fantasy 2021. Hier Prayodoom. Oft Iz dieser Liebe. Dann istinisprobleme, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 und annoncieren die heiligen Länder. Wir hören uns erst die Rhymne aus Ungarn. Rhymne aus Ungarn 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 Automobilen, 81,7 Kilogramm und den Intercontinental Champions Team. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Wow. Vielen Dank. Danke. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ja, sehr gut. Das war der Wettbewerb. Vielen Dank. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was denn da los? Oh, oh, oh. Ohhhh! Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jawoll, hauen um jetzt! Wir haben Pferde gegessen. Bspf! Chatur! Fl Lonnie! Jakava, Woh! Woh! Dann hinbekommen, bitte. Woh, schau. Beide, beide, beide! Ach komm! Zielschlag, oder? Er wollte den Handschuh noch wechseln, glaube ich. Ja, da wollte Guido ein bisschen zu früh Feiern machen. Aber das kann passieren. Oder noch so ein Kampf ziehen. Und Respekt! Und dann gegen Deutschland nähert sich der Intercontinental-Gürtel-Rund. Und von BK-Automobile brauchen wir jetzt den Bülent Kustrum. Hier im Ring, der gleich den Gürtel übergeben wird, der Bülent von BK-Automobile, die den Kampf hier gesponsert haben. Freundlicherweise Guido gegen Antal, Deutschland gegen Ungarn. Und da kommt Bülent. Einer der wichtigen Leute der Sponsoren heute. Schau mal hier. Der ist richtig schwer. Das heißt, er ist auch noch ein bisschen sportfittig. Ja? Darfst dem Gewinner gleich den Gürtel umbinden. Und wir warten auf das Endergebnis, das hier noch ausgerechnet wird. Rote oder blaue Ecke. So, das offizielle Endergebnis. Kampfrichter 1 hat den Kampf folgendermaßen gesehen. 89 zu 99 Punkte. Kampfrichter 2, 91 zu 99 Punkte. Und Kampfrichter 3, 95 Punkte zu 98 Punkte. Ein einstimmiges Ergebnis. 3 zu 0. Und damit interkontinental. Champion in dieser gewichtsten Klasse. Guido! Super gemacht! Großen Respekt natürlich an Anzahlen. Mit 41 Jahren Zehnrunden. Anzahlenrunden. Das muss man erstmal durchstehen. 2, 34. 2, 45. 3, 25. 3, 25. 3, 25. 4, 25. 3, 25. 4, 25. 5, 25. 6, 25. 5, 25. 5, 25. 6, 25. So, wer geht's dir jetzt? Ich bin heute der höchsten Gang von meinen Jungs hier, von meinen Männern. Was ist das Rolf oder was ist das hier? So ein Kampfnamen? Ja, ein Schwabenfeier, was total schwul ist. Der Schwabenfeier! Schwabenfeier sein! Ja, nee, das Kampfschein, das haben wir schon gemacht bei mir bei meinen Jungs, wo wir das Studio aufgemacht haben. Also, das kam dann vor 300, ja. Boah, ich möchte mal eins sagen, das war die Frau, die ich am meisten lieben hatte, dass sie ja jemand für entscheidet. Und zwar meine Mama. Und sie wäre ich nämlich nicht hier. Dankeschön! Dankeschön! Ja, bei diesen Worten, die Mütter sind die Wichtigsten, ne? Haben wir eine kurze Pause? 5 Minuten, dann geht's weiter.